Ich hab dich eine halbe Million Dollar gewinnen sehen. Weiter. Ich habe schon zweieinhalb gewonnen. Was fehlt dir? Hast du einen Hirnschaden? Du hast dir 50.000 von einem gefährlichen Mann geliehen. Wenn ich dir dieses Geld gebe, ist alles erlaubt. So komm ich wieder raus. Fuck you. Ich leg die hübsche kleine Blondine um. Soll ich dich jetzt bezahlen? Willst du das? Was für eine Scheiße hast du vor? Tick-Tack. Ja, ich habe dein ganzes Geld, aber du musst mich dort treffen. Was ist dein Plan für die Zukunft? The Gambler.